Hallo zusammen, herzlich willkommen. Wir von den Zweitags Cruisers sind heute Gast bei der HSR Arena in Ramsey. Dort, wo im Jahr 2019 unser erster Töffeltreffen stattfindet. Neben mir haben wir Tommi Schneider, Inhalter der HSR Arena und er wird uns kurz durchführen, was wir haben, was wir nicht haben und was auf euch alles wartet. Tommi? Ciao zusammen, schön seid ihr vorbei. Wir planen das schon ein paar Tage, das schöne Treffen hier in der Arena in Ramsey. Ich zeige eigentlich das hier an einem laufenden Fest, was wir können, was wir machen, wo wir sein. Wir haben im Moment Bluegrass Festival, wird auch nächstes Jahr wieder sein, aber für euch wichtig. Hier ist euer Austragungsort vom ersten Zweitakt Cruiser Töffeltreffen. Ich freue mich sehr darauf. Wir haben eine super Crew, die immer super Sachen macht, die mit kulinarischen Sachen auf euch wartet. Wir haben eine wunderschöne Anlage und die gehen wir jetzt anschauen. Kommt mit! So, das ist natürlich der Eingang. Es ist, wie gesagt, noch voll im Gang. Es ist der Abschluss vom Bluegrass Festival. Wir spielen hier auch noch ein bisschen. Was aber sicher wird geblieben, ist natürlich das Kulinarische. Und hier gehen wir jetzt hin. Ich zeige euch das. Komm ich mal schauen. Das sind Rippchen. Das ist ein riesen bisschen Fleisch am Knochen. Das müsst ihr sehen und vor allem müsst ihr es probiert haben. Das ist eine Spezialität von hier. Es ist traumhaft fein. Wir haben Steak, wir haben Würste, wir haben Pommes frites, wir haben Smoker Sandwich, wir haben Pull Pork. Also, kulinarisch habe ich die beste Crew, die es hier gibt im Amital. Wir gehen weiter. Komm ich. Und den besten Chef haben wir auch. Danke. Wie gesagt, hier haben wir eine kleine Aussenbühne in unserem Dörfli. Wunderschönes Ambiente. Wenn es schön ist, sind wir natürlich hier draussen. Das ist ganz klar. Etwas, wo wir wirklich leben können. Mit euch zusammen. Im Westerdorf. Bis in alle Nacht hinein. Es hat auch einen Feuerkorb, wo wir am Abend Feuer machen können. Und es fängt einfach. Momentan spielt gerade eine Liveband. Und für unseren Treffen werden wir dort eine ganz geile andere Gruppe haben, die auch für uns spielen. Das ist unser Saloon. Der kleine Saloon. Wohlverstanden. Hier hat etwa 50,70 Knassen Platz. Hier kann man ganz gemütlich öklen, etwas machen. Eine super Sache. Und eben das beste Team, das es auf dieser Welt gibt. Gehen wir weiter. Ja, vor allem hier, wenn wir frisierte Töpfli haben. Nein, wir haben auch eine Knastbar. Hier kommen nur die Leute rein, die nicht artig waren. Das ist auch hier ein neues Salon. So, jetzt geht es in die Halle rein. Eine grosse Halle, wo wir wettersicher sein wollen. Also das heisst, bis man auch etwas tröpfelt. Beim Herfahren überhaupt kein Problem. Und wenn sie hier schüttet sie aus Kübeln, noch einmal kein Problem. Wir sind wettersichert, egal was passiert. Wir zeigen euch jetzt mal, wie gross die Halle effektiv ist. Das Stativ, der Kameramann, nicht hinten dran. Wird mal stehen, dann sieht man, wie klein wir werden, wenn wir in der Mitte sind. Und dann kommt sie zu uns. Wie ihr seht, die Halle, die ist nicht klein, die ist riesig. Was sich Tommi und seine ganze Crew aufbauen haben. Und es kann tröpfeln, hageln, schneien, was auch immer. Wir haben ein Dach über den Kopf. Und das ist doch das Wichtigste. Hierin werden wir Platz haben für alle unsere geilen Besucher, die kommen. Dörfli, Aussteller werden hier drin sein. Und natürlich auch du, der gerade zuschaut. Wir freuen uns auf das Treffen. Denn es ist eine neue Herausforderung, die wir gerne annehmen. Wir haben gerne gute Leute hier. Und ich glaube, ihr seid ein Volk, der euch hier passt. Ich freue mich riesig, mein Team auch. Kommt doch rein schauen. Wir erwarten euch. Und wir sehen uns. Nicht vergessen den Mühl. Der Schusserriff wird auch da sein für euch. Bis dann.